Ja, wunderbar. Dann darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lieber Herr Herz als unser heutiger Referent. Herzlich willkommen zum fünften Webinar unserer Reihe der Baustandard der Zukunft. Ja, die Reihe von Pro Passivhaus im Dezember letzten Jahres ins Leben gerufen. Viele von den Teilnehmern hier in der Liste, wollte ich gerade sagen, kenne ich schon. Natürlich nicht persönlich, aber wir sehen schon, einige sind jetzt auch regelmäßig dabei, was uns sehr freut. Wie gesagt, heute das fünfte Webinar und die vergangenen Webinare, die drehten sich auch schon um das Thema Klimaneutralität. Zum einen ökologisches Spawn. Dann hatten wir ein Webinar oder mehrere Webinare zum Thema Lüftung und die vergangenen Webinare finden Sie bei Pro Passivhaus auf der Webseite im Archiv. Das heutige Webinar werden Sie dann auch ab morgen im Archiv finden, sodass Sie auch alles nochmal nachschauen können und den Vortrag von Herrn Herz werden wir dann auch als PDF auf die Webseite laden. Das schon mal vorweg. Das heutige Thema lautet Klimaneutrales Bauen, Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise. Und das Webinar ist ausgebucht gewesen. Das zeigt uns, wie relevant das Thema ist. Ja, Holzbau wird ja heute von einigen auch mit der Maßgabe oder Anforderung des klimaneutralen Bauens verbunden. Aber der Holzbau alleine ist es nicht. Auch der Energiestandard ist wichtig und wie das zusammenhängt, wie das mit dem Passivhaus zusammenhängt, wird uns heute auch Dieter Herz näher bringen. Wie gesagt, das Webinar ist ausgebucht. 100 Teilnehmer haben sich angemeldet und ich würde Ihnen einmal ganz kurz zeigen, wie die Teilnehmerstruktur aussieht. Die Hälfte der angemeldeten Teilnehmer sind Architekten und 30 Fachplaner sind auch dabei. Also dann wisst ihr auch, aus welcher Ecke die Fragen heute eventuell kommen könnten. Stichwort Fragen. Die Fragen dürfen Sie gerne jederzeit in den Chat stellen. Die werden allerdings erst nach dem Vortrag beantwortet. Der Vortrag dauert etwa 45 Minuten. Ja, Herr Herz, Sie sind von Anfang an Mitglied gewesen bei ProPassivhaus. ProPassivhaus gibt es jetzt ja auch schon seit über zehn Jahren. Sie haben aber noch deutlich mehr Passivhaus-Erfahrung. Und zwar vor über 20 Jahren haben Sie Ihr erstes Passivhaus gebaut. Vom Werdegang her sind Sie studierter Holzbautechniker, haben also sehr, sehr viel Erfahrung mit dem Holzbau und sind vom Holzbau zum Passivhaus gekommen. Sie sind Geschäftsführer des Büros Herz und Lang. Und Herz und Lang ist ein sehr renommiertes Büro. Die meisten Teilnehmer werden es wahrscheinlich kennen. Sie haben sehr, sehr viel Erfahrung, nicht nur im Bau von Passivhausen, sondern auch in der Zertifizierung. Sie zertifizieren Projekte weltweit, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Neubau wie Sanierung und ja, mit dem Schwerpunkt Holzbau. Haben aber auch einige Sonderbauten und Pilotprojekte gemacht. Sie haben zum Beispiel auch das Lodenareal 2007, das ist die größte Passivhaus-Siegelung der Welt mit begleitet oder auch gebaut. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Gerechnet. Gerechnet zumindest. Ja, genau. Aktuell ein Passivhaus-Schwimmbad, was ja auch ein sehr, sehr spannendes Projekt ist. Und ja, ich glaube, es gibt wenige, die so viel Erfahrung haben wie Sie. Und da freue ich mich jetzt so, wie alle Teilnehmer sicher auch, auf den Vortrag und würde damit gerne das Wort an Sie übergeben. Jetzt da. Okay. Also, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, wir sind lange, seit langem schon Mitglied bei Pro Passivhaus, weil wir den Markt, den Ansatz der Gruppe schätzen, des Passivhaus-Siegelung, auch über, nicht nur über wirtschaftlich, sondern über emotionale Aspekte, über den Mehrnutzen, den man hat, hocheffizient zu bauen, zu planen, sehr gut vermittelt. Und weil das Passivhaus-Kompendium ein sehr guter Botschafter deutschlandweit ist, der dieses Thema für uns und für andere, die in dem Markt arbeiten, auch sehr gut transportiert. Da sind wir gerne mit Texten dabei, aber wir lesen es auch gerne hier im Büro. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich das einmal zu kaufen und die Informationen zu nutzen. Das hilft im Verkauf, das hilft in der Technik, das hilft in der Vorgehensweise, in der Herangehensweise an Gebäude. Unser DNA ist, wie Frau Kuhne vorher schon gesagt hat, das Passivhaus. Unser Büro ist über das Passivhaus entstanden, über den Holzbau. Florian Lang ist Holzbauingenieur, ich bin Holzbauingenieur aus Rosenheim. Und wir haben uns über den Holzbau und das Passivhaus selbstständig gemacht. Und insofern ist alles, was wir heute im Bereich der NF, der öffentlichen Recht, öffentlichen Nachweise, Gebäudeenergiegesetz, Förderungen, Effizienzhaus und so weiter machen, hat eigentlich sein Fundament in der Erfahrung im Passivhaus. Gebäude hocheffizient zu planen, hoch wärmedämmend, wärmebrückenfrei, luftdicht, Luftdichtheitstest, Thermografiemessung, das sind bei uns Standard an jedem Gebäude. Das ist nicht die Ausnahme und wir haben Angst davor, sondern wir freuen uns darauf, dass hier die Qualität der Planung und Ausführung bestätigt wird. Und über dieses Portfolio an Leistungen, das wir haben, kamen wir zu diesem Projekt, bei dem Sie jetzt bei der Anfangsfolie die Bautafel sehen. Überschrift ist das, was heute gesetzt worden ist vom ProPassivhaus. Das Thema ist klimaneutrales Bauen mit Mehrfamilienhäusern und genauso hat es die Bautafel, die Überschrift gehabt, Wohnbau mit Zukunft, komfortabel und gesund wohnen, günstig im Unterhalt und das Klima schützen. Das sind die wesentlichen Dinge, die auch in meiner Schlussfolie kommen werden. Nicht das Trimmen auf absolute Wirtschaftlichkeit, weil es rechnet sich immer in diese Richtung was zu tun. Es ist nur die Frage, es sind 10, 20 oder 30 Jahren. Auf jeden Fall rechnen Sie es in der Zeit, in der das Gebäude aktiv genutzt wird. Was man, was man die Chance hatten, waren ein Pilotprojekt im Allgäu. Ein Investor, ein privater Investor wollte Geld investieren in Wohnbau, in Holzbauten und in Mehrfamilienhäuser und die zur Vermietung. Entstanden sind 20 Mietwohnungen in zwei Häusern, unterschiedliche Wohnungsgrößen, barrierefrei mit Aufzug, Teil unterkeilert, moderne Architektur, funktionelle Grundrisse und eine relativ gute Ausstattung. Jede Wohnung hat entweder eine Terrasse oder einen Balkon, genauso haben die Penthäuser große Terrassen. Wir haben Garagen, wir haben Carports, Außensteuerplätze. Das Ganze wurde im Effizienzhaus 40 geplant und umgesetzt. Jedes Haus hat eine Zentralheizung, hat eine PV-Anlage und jede Wohnung hat eine Komfortlüftung. Also es ist so der Standard, wenn wir von Anfang an als Mindeststandard gesetzt haben und den wir auch durchhalten konnten. Wir wollten eigentlich ein bisschen mehr. Wir wollten es Richtung Passivhaus zertifizierbar entwickeln mit Holzfassaden. Verschiedene Dinge ist uns nicht ganz gelungen, aber wir haben trotzdem einen sehr guten Kompromiss zwischen unseren Vorstellern und denen des Bauherrn machen können. Grundsätzlich unsere Definition von klimaneutralem Bauen, versuche ich es da mal in drei Folien darzustellen. Für uns bedeutet es nicht, die Gebäude mit intelligenter Technik auszustatten, dass man noch mehr IT und Steuerungssysteme einbaut, ohne die Gesamteffizienz entscheidend zu verbessern. Teile waren besser, aber wenn man dann den Energieaufwand, den diese IT-Systeme brauchen, mitbilanziert und Wasser dann insgesamt einsparen, ist es enttäuschend, was da rauskommt. Das heißt, weniger ist dabei mehr. Man sollte jedoch nicht auf Wesentliches verzichten. Und das zeigt die Folie, wie man früher von diesem groben Standard, eine mäßige Heizung, eine schlechte Hülle, eine undichte Gebäudehülle, mäßig beheizbare Räume, zu immer mehr Technik gekommen ist, ohne die Gebäude wirklich zu verbessern, im Energiestandard immer komplexere Gebäude gebaut hat, auf Speichermassen dann versucht hat zu setzen, die letztendlich nur temporär was bringen, aber nicht wirklich über das ganze Jahr und schon gar nicht für den Energiebedarf in dem Umfang. Von USW, USW und wie dann das Passivhaus vor über 30 Jahren das Ganze revolutioniert hat, mit dem Gedanken, das Ganze zu reduzieren. Aber sehr gute Hülle mit effizienter Nutzung der internen Wärmen, der solaren Energie und mit der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die den Großteil der Energie im Haus belassen hat und einen hohen Komfort geschaffen hat. Das ist mal die Basis, also ein Gebäude, das wenig verbraucht und einen hohen Komfort bietet. Das muss die Basis für ein geeffizientes, klimaneutrales Gebäude sein. Das Zweite schließt daran an, ein sehr gutes Gebäude fängt an mit der Optimierung der Hülle, nicht mit der Optimierung des Daches, nur mehr PV drauf zu machen und Batterien in ein schlechtes Gebäude einzubauen, sondern die Gewinne zu maximieren, im Neubau einfacher, durch Lage und Form im Altbau schwieriger, aber die Gewinne zu maximieren und die Verluste zu minimieren. Das geht beim Neubau und beim Altbau gleichermaßen. Fokus, möglichst wenig Energie verbrauchen für den Unterhalt des Gebäudes. Dann natürlich eine hocheffiziente Technik, das ist dann zuerst die Hülle, dann die Technik, die Wärmeverteilung, die Wärmeerzeugung für Brauchwasser, für Heizung, für Kühlung und das Ganze effizient zu be- und entlüften. Und wenn diese zwei Bausteine dann perfekt ineinander greifen, dann können wir auch nachdenken über das Plus-Energiegebäude, weil das Wenige an Energie, wenn man das dann auch noch selber auf dem Dach erzeugen kann, im Haus speichern, intelligent verteilen, nutzen kann, dann sind wir auf dem Weg zum Plus-Energiegebäude. Und das ist der zweite Schritt zum klimaneutralen Bauen, dass wir wenig verbrauchen und das Wenige möglichst selber erzeugen. Zusammengeschrieben ist für uns klimaneutrales Bauen wenig Energie verbrauchen für die Erstellung, für den Unterhalt, für die Sanierung, für den Rückbau. Wobei der Unterhalt, selbst beim Passivhaus, der größte verbraucherisch am Gebäude, nicht die Erstellung, die jetzt gerade durch jedes Dorf getrieben wird, als ob die graue Energie die Welt retten würde. Es ist zuerst ein Unterhalt als Hausaufgabe zu stellen. Ein sehr gutes Gebäude mit sehr, sehr geringem Unterhalt. Dann natürlich möglichst mit regulativen Baustoffen und die Erstellungsenergie, die Emissionen und Ressourcenverbrauch möglichst gering zu halten und im Rückbau auch weniger Probleme zu schaffen. Und die Basis für klimagerechte Investitionen ist der Lebenszyklus. Nicht die nächsten zehn Jahre, sondern der Lebenszyklus, das sind mindestens 50 Jahre. Und mehr bei öffentlichen Gebäuden, die stehen auf die Jahrhunderte in der gleichen Nutzung. Also der Lebenszyklus ist eine wichtige Messgröße, um klimaneutrales Bauen zu definieren. Und was heute ohne weiteres möglich ist, von Haus aus eine 100% regenerative Energieversorgung zu planen. Für Wärme, Kälte und Strom ist heute schon möglich, das Haus regenerativ zu versorgen. Für Wärme, für Warmwasser, für Heizung und auch im Strom. Und wenn wir natürlich das Ganze noch mit entsprechenden Dachflächen, ich will jetzt wenig von Windrädern auf dem Grundstück reden, sondern mehr von der Photovoltaik, denn das Wenige, was wir verbrauchen, das, was wir 100% regenerativ verbrauchen, da nochmal mit Photovoltaik möglichst viel erzeugen und das Ganze nutzen und noch mit der E-Mobilität verknüpfen, mit Ladesäulen, Langstellen, mit Fahrzeugen, dann wird die Sache rund. Dann haben wir ein Gebäude, das auf dem Lebenszyklus letztendlich nicht mehr Energie verbraucht, als man vertreten kann. Dann haben wir die drei Kreise, das sozial, ökonomisch, ökologisch hört man oft, lebenswert, lebensfähig, fair. Das sind weitere Begriffe, die für uns dann das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutral bestimmen. Zum Thema der Gebäude. Aufgabenstellung war, eine private Investorin zu Ort und Bauplatz gesucht für Mehrfamilienhäuser. Es gab ein Baufeld an einer Bahnlinie in der Nähe von Memmingen. Bebauung zulässig war 2 plus D, also zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss und mit jeweils 10 Wohneinheiten in zwei Gebäuden. Das Ziel war attraktives Wohnen im Wirtschaftsraum Memmingen-Kempten, relativ hohe Nachfrage nach Wohnungen. Also das war das eine. Dann war es der Vermieterin wichtig, dass man preisgünstig in der Miete und im Unterhalt anbieten kann, um das Ganze sehr attraktiv zu machen. Da war natürlich die Energieeffizienz ein wichtiges Thema von Anfang an, dass es eine nachhaltige Holzbauweise ist, weil die Bauhöhne mit dem Hersteller von Holzbauweise in Verbindung war. Bevorzugt war deshalb diese Massivholzmauerkonstruktion von Hundegger aus Haarwangen. Und natürlich war es als langfristige Kapitalanlage geplant, mit Mehrwert und hohen Förderungen. Die Förderungen zum einen und der Mehrwert, weil durch den geringen Unterhalt wird das Gebäude natürlich in Zukunft umso attraktiver für Mieter oder auch Vermieter in puncto Kaltmiete. Option war von uns am Anfang auch gesetzt, das Ganze als Plus-Energie-Gebäude zu bauen mit einer Flatrate für Wärme und Strom. Das war so der Wunsch, den wir gehabt haben, dass wir das verwirklichen können. Ich sage dann im Lauf des Vortags, was dann daraus worden ist. Aufgabenstellung war beim Wettbewerb, dass man den Gemeinderat überzeugt, das grundsätzlich gut zu bebauen und gut zu nutzen. Insofern kam mit diesen sehr weit entwickelnden Entwürfen und Ansichten, haben wir relativ gute Resonanz beim Gemeinderat gehabt und haben relativ bald eine Zusage bekommen, dass die Bauherrung das Grundstück bekommt und wir es beplanen können. Hier an dem Bild sieht man vielleicht noch ein bisschen die Eigenheit des Gebäudes. Der Gebäude durch die Bahnlinie gab es im Hintergrund eine Notwendigkeit einer Lärmschutzwand, die dann auch in Fertigteilen aus Stahlstützen, aus Betonteilen im Bereich der Garagen und dann aus Vollholzbalken im Bereich über der Garagen und über dem Spritzwasser gebaut wurde. Davor dann Carports und Garagen. Aufgabenstellung weiterhin. Die Gemeinde wollte gute Architektur und Nachhaltigkeit ein attraktiver Standort und quasi Aussage zum Klimaschutz und hat diese Holzbauweise mit hoher Effizienz sehr gut dazu passt. Mit dem Erfolg, dass man dann eben das Grundstück bekam. Herausforderung dann in der Planung war von Anfang an, am Nachbargrundstück entstand ein typisches Bauträgermodell, Gebäude mit Massivbauweise, mit Wärmedämmverbundsystem, also Nassmassivbauweise, Wärmedämmverbundsystem, Kunststofffenster ohne Lüftung, Abbrem-Effizienz als Standard 55. Insofern war immer eine Vergleichsgröße da, was kosten die Gebäude in der Nachbarschaft. Unser Gebäude trotz Holzbau, obwohl man wusste, dass das ja in der Regel in den reinen Investitionskosten etwas teurer ist, war immer dieses Thema Kosten im Raum. Konsequenzen waren natürlich, dass man verschiedene Varianten in der Planung und Kostenberechnung, in Bauweisen, in Baustoffen, Baukomponenten, auch in der Effizienz und im Energiekonzept durchspielen mussten und wollten. Das war natürlich auch interessant für uns, um das zu erfahren. In den Bauweisen waren verschiedene Bauweisen und Hybride, also Mischbauweisen geplant. Zum einen das Gebäude komplett in Massivholzbauweise mit Vollholzdecken, also die Massivholzmauer als Außenwand, als Innenwand, als Gebäude Trennwand und alle Decken in Brettschichtholz oder in Brettsperrholz, CLT, Cross-Laminated Timber, das ist Brettsperrholz, oder in Holzrahmenbauweise mit Vollholzdecken, also Vollholzdecken waren immer gesetzt, im Holzbau, weil sie effizienter sind bei Punkterschallschutz und Volumen der Decken. Dann Hybride, zum Teil Massivholzmauer, also Vollholzwände für Trennwände, Außenwände und Holzrahmenwände als Innenwände. Dann das Ganze in Ziegel mit Wärmedem Verbundsystem und Betondecken oder ein anderer Hybrid, das Ganze mit Massivholzmauer in den Innenwänden und die Außenwände in Ziegel mit dem Holzrahmenkonstruktion, also mit dem Verbundsystem. Also verschiedenste Konstruktionen, um da mal ein Spektrum der Kosten zu bekommen. In der Gebäudetechnik und in der Effizienz war es natürlich klar, dass 55er, auch mittlerweile jeder Bauträger, der etwas auf sich hält, das 40er ist eher grenzwertig für Bauträger, wird nicht so oft umgesetzt und das 40 plus mit Batterie, mit PV-Anlage, mit Energiemanagementsystem bedarf dann mit der Strommodelle, weil irgendwie sollte der Strom, der im Haus ja dann gespeichert wird, auch entsprechend genutzt werden. Da wird es dann komplizierter. Natürlich haben wir auch versucht, das als Passivhaus zu verwirklichen, wobei zwischen 40 und Passivhaus nicht mehr allzu viel Unterschied ist. 120 Prozent im Heizwärmenbedarf und dann die als Passivhaus Plus, wenn PV und die ganze Technik dann noch als Passivhaus Plus. Regulative Wärme war von Anfang an gesetzt, also kein Gas, kein Öl, also war entweder Pellets oder Wärmepumpe. Luftwärmepumpe war auch im Gespräch, aber letztendlich war es die zwei Varianten, entweder Pellets oder Sohle-Wärmepumpe. Und mit dem Plus die Idee, ein Mieterstrom-Modell zu installieren. Und da haben unterschiedliche Betreiber angesprochen, wie das funktionieren könnte in der Region. Unsere große Chance, so einen großen Holzbau zu machen, in einer Zeit, in der alle Zimmerer und Holzbauer eigentlich sehr gut ausgelastet waren und die Preise relativ hoch waren, war, dass wir ein sehr großes Netzwerk hier im Allgäu haben, an leistungsfähigen Architekten, Ingenieuren. Dann haben wir die Gesamtplanung übernommen und haben verschiedene Ingenieure aus dem Allgäu unter unserer Gesamtplanung integriert. Der Bauherr hat also nur einen Ansprechpartner gehabt. Sägewirkungen und Holzwerkstoffhersteller gibt es im Allgäu, das Material muss nicht weit hergekarrt werden. Die Massivholzmauer wird von mehreren Herstellern im Allgäu hergestellt. Die Brettstapel gibt es zumindest einen Hersteller und beim KVH mehrere. Und beim Brettschichtholz ist die Entfernung der Hersteller in 150 Kilometer Radius vorhanden. Und was dazu noch kommt, wir haben dutzende leistungsfähige Handwerker, Holzbauherzimmer, und die auch mit der Güteüberwachung über die entsprechende Qualitätssicherung verfügen, dass sie vorgefertigte Holzbau-Elemente herstellen können. Und wir als Planer uns auch darauf verlassen können, dass sie es wirklich auch drauf haben und gut ausführen können. Zum Thema zielattraktives Wohnen war natürlich, die Region ist wichtig, der Ort ist wichtig, die Umgebung ist wichtig, Infrastruktur, Soziale, die ganzen Läden, die Kindergärten, die Schulen, ist in dem Ort, in Heimathingen natürlich alles vorhanden. Und die Stadtnähe zu Memmingen ist auch da und öffentlicher Nahverkehr genauso. Also an der Lage hat es bei dem Gebäude nicht gefällt. Das war ein sehr großer Vorteil. Bei der Architektur ging es um Gestaltung, um Wohnräume. Man wusste natürlich nicht genau, was jetzt nachgefragt ist. Das sind ja die 2-, 3-, 4-Zimmerwohnungen. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass sowohl die Wohnungsgrößten als auch die Ausstattungen sehr genau das treffen, was der Markt gefordert hat. Auch das Thema Barrierefreiheit. Wir haben also eine Familie aus vier Generationen, die sind ins erste Obergeschoss eingezogen, haben da drei Wohnungen gemietet, weil es eben für die Jungen mit dem Kinderwagen und für die Eltern wegen der Beweglichkeit der Aufzug und die Barrierefreiheit im Geschoss ein großer Vorteil war. Mieten sind ortsüblich, nachhaltig günstig im Unterhalt. Meines Wissens in der Größenordnung von 9,50 Euro kalt mit 2 Euro Zuschlag. Ich weiß aber es nicht so genau. Da müssten wir genau nachfragen, wenn Sie da Fragen hätten. Vom Klimaschutz her haben wir natürlich die Hausaufgaben gemacht. Der Holzbau hat einen geringen Energieaufwand in der Herstellung, ist ein massiver CO2-Speicher, der über Lebenszeit CO2 aus der Atmosphäre nimmt und Holz nachwachsen kann. Der Sensor aus 40 hat geringe Unterhaltskosten in Verbindung mit der Komfortlüftung, die aus dem Passivhaus für uns selbstverständlich ist, aber heute nicht mehr selbstverständlich im Bauern ist. Das ist für mich absolut unverständlich, warum die Komfortlüftung an Attraktivität verliert, weil sie den Heizweinbedarf deutlich senkt und den Komfort steigert. Die Luftqualität ist wesentlich besser bei den dichten Gebäuden, als wenn keine da wäre oder nur Abluftanlage. Wichtig war uns das bei der Planung und Bewerbung, aber tendenziell nachragend in der Nachfrage der Mietinteressenten, dass das Gebäude nachhaltig ist und dass es eine Lüftung hat. Und vielleicht jetzt als Vorab, als Info, das DUSENIL-Konzept ist eigentlich gescheitert an dem Mieterstrom-Modell, das wir 2018, 2019 noch sehr komplex war, mittlerweile erleichtert worden, aber zu der Zeit war es eigentlich von den Energieversorgern nicht gewollt und entsprechend kompliziert gemacht, dass ein privater Bauherr sich das dann gut überlegt, ob er sich das antut, ob die Mieter das dann wertschätzen, was er da investiert hat und vorhält. Jetzt vielleicht eine ganz interessante Folie, die man relativ selten sieht, da geht es um die Kosten. Wir haben relativ früh 2018 das Gebäude durchkalkuliert im Kostenrahmen, eigentlich war es eine Kostenschätzung, das ist der blaue Teil oben, als Hybrid, also das Ganze in Massivholz bis auf den Treppenhauskörn und den Aufzugsschacht, den Beton und Vollmachenschutz, als Effizienz als 40 plus mit kontrollierter Wohnraumlüftung, KWL, mit Holzfenster und Holzfassade. Da kamen 2,44 Millionen raus. Die Förderung damals war 150.000, also 15.000 pro Wohneinheit, sprich 2,29 Millionen Baukosten, als 100 Prozent gesetzt. Dann haben wir eine Kostenschätzung gemacht, etwas später, als es dann schon konkreter wurde, Entscheidungen zu finden. Die Kostenschätzung ist auch schon eher eine Kostenberechnung, weil sie auf Leistungsverzeichnungen basiert und sehr intensiv und genau gemacht worden ist. mit dem Ergebnis, dass ein Holzbau, Massivholzwände außen, Trennwände, Holzrahmenwände für Innenwände, aussteifende, nicht tragende Wände, dass wir ungefähr um ein Prozent teurer gewesen wären, als unsere Schätzung ein paar Monate vorher für diesen Hybrid. Okay, wenn man ganz unten das rote sieht, September 18, Siegelwärme, dem Verbundsystem, der Vergleich war, der Nachbar mit dem Siegelhaus wäre es 14 Prozent günstiger gewesen. Also war die Aufgabe von der Bauherrin, ich möchte wissen, wo die Einsparpotenziale sind, dass wir näher an diese Bauweise in Effizienz aus 55 Massivbau in den Kosten rankommen. Also haben wir den zweiten Gang in Hybridholz mit Beton, Treppenhaus und Liftschacht in Beton, Effizienz aus Plus gehalten, Lüftung gehalten, Holzfenster gehalten, Holzfassade gehalten, waren wir dann ungefähr um ein Prozent günstiger, sprich 15.000 Euro. Dann das Plus-Konzept raus, also die PV, die Batterie, das Management-System, waren wir um 77 Prozent 1.000 Euro günstiger, sprich 3 Prozent. Dann haben wir das 40er Palten, aber Kunststoff, statt Holzfenster, Kunststofffenster eingebaut. Das gab dann einen kleinen Sprung von 3 Prozent, also es ist leider so. Kunststofffenster sind deutlich günstiger als Holzfenster, sprich nahezu 70.000 Euro. Weniger, waren wir um 6 Prozent unter dem geschätzten Preis und als wir dann im Gelben das 40er behalten haben, die Hybridgeschichte, also das Gebäude aus Holz im Wesentlichen, den Treppenhaus und dem Lüft aus Beton, Lüftung gelassen, Kunststofffenster und Putzfassaden, da waren wir um 7 Prozent drunter und nur 7 Prozent über dem, was der normale Bauträger-Massivbau im Effizienzhaus 55 ohne Lüftungsanlage hatte. Und das war dann die Marke, die wir dann weiter in die Planung nehmen durften, zur weiteren Planung und Ausschreibung. Und den Preis konnte man im Wesentlichen genau eben durch die ganze Ausschreibung, Bauleitung dann auch halten. Die untere Tabelle ist es eigentlich nur der Vergleich, wenn das Haus nicht 2018 geplant worden wäre, sondern 2020. 2020 haben wir ungefähr 10 Prozent höhere Preise schon gehabt. Man sieht es ja dieses Jahr, dieses Jahr geht es in einem Jahr schon zweistellig hoch im Preis. Also die 10 Prozent sind eher konservativ, haben wir die ganzen Preise um 10 Prozent erhöht. Es gab aber auch eine deutlich bessere Förderung von der KfW. Mit dem Ergebnis, das war auch interessant, dass die bessere KfW-Förderung gerade die Kostensteigerung aufgefangen hat. Also sie hat für die Energieeffizienz eigentlich gar nichts getan. Sie hat eigentlich nur die Kostensteigerungen innerhalb von zwei Jahren aufgefangen. Das war eigentlich alles. Und mittlerweile haben wir fortlaufend steigende Kosten. Also es wird einmal anstrengender, hoche Effizienz zu bauen. Insofern war es auch wichtig, dass das Bundesenergiegesetz eingeführt worden ist, in dem es unter Umständen nochmal höhere Förderquoten gibt. Im Wohnbau zwar nicht so, aber insgesamt doch deutlich höhere Förderungen für vereinzelte Maßnahmen. Zweite Folie, die nicht immer umeinander treibt und wenige wissen. Wir machen ja gerade eine passive Schwimmhalle. Und da sind wir dazugekommen, weil der Ingenieur, der es errechnet, der Energieberater, mit der NF das Schwimmbad gerechnet hat. Wer es nicht weiß, die NF rechnet kein Gebäude mit 30 Grad, sondern die NF rechnet nicht Wohngebäude, nur mit 20 Grad Innentemperatur. Und insofern kamen komplett irre Zahlen bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung raus. Es würde sich nie rechnen, etwas mehr zu tun. Als wir dazu kamen, haben wir das Ganze im Passivhaus gerechnet und festgestellt, dass es extreme Einspareffekte gibt, wenn man die im NF verlässt und mit dem PAPP sowas berechnet. Weil man dort das Gebäude viel genauer abbilden kann, als es die NF tut. Und hier sieht man zum Beispiel, wie es bei dem Gebäude war. Also gelb ist die NF-Berechnung. Gelb sieht man links. Das Gebäude, ein Gebäude hätte nach NF 1298 Quadratmeter Energiebezugsfläche. Im Passivhaus hätte es 915. Das entspricht etwa der Wohnfläche des Gebäudes, die 915. Wenn man dann die NF, die fette Spalte NF-QH, den Heizwärmenbedarf, nimmt, das Gebäude hätte nach NF im Referenzhaus Standard 41 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr oder in Summe 52. 950.000 Kilowattstunden Heizwärmenbedarf. Wird es im Passivhaus gerechnet, hätte es 71.000 und 65.000. Das war unsere Basis. Wenn man es im Passivhaus rechnet, hätte man die Flatrate aufs Passivhaus ausgelegt und nicht auf die NF, weil die NF zu gut rechnet, das sieht man an dem zu geringen Gesamtbedarf und über die Fläche spezifisch einen komplett falschen Wert ausweist. Also das Gebäude nach Referenzstandard hat 70 Kilowattstunden Heizwärmenbedarf zu erwarten und alles, was die NF rechnet, ist Politik. Das hat mit der Realität wenig zu tun, wissen leider wenige. und das Gebäude ist letztendlich so ausgeführt worden, dass die blaue Spalte unten ist effizienter als 40 mit der Lüftungsanlage, Komfortlüftungsanlage mit 84% Wärmerückgewinnung. Nach NF hätte es 10,3 und 13.000 nach Passivhaus hätte man bei diesem Gebäude 17,5 Kilowattstunden oder 16.000 Kilowattstunden gesamt. Das ist ungefähr 80 Euro Heizkosten pro Jahr, was so eine Wohnung verursachen würde. Bei Passivhaus ist es noch ein bisschen drunter, wir haben das Passivhaus mit dem Gebäude nicht ganz erreichen können, aber wir sind sehr nahe dran. Etliche Komponenten des Gebäudes haben Passivhaus Standard. Die sehen wir jetzt in der Folie, also das Gebäude als Effizienz als 40 hat ein HT von 0,24 Das Dach ist mit 0,12 Die Terrasse mit 0,15 U-Wert Die Bodenplatte im EG hat 0,16 Im KG hat sie 0,17 Weil nur ein Teil unter Keller ist, der Rest ist Bodenplatte und die Keller Schoßwand hat 0,19 Die Fenster in Kunststoff Rahmen überdämmt haben wir einen U-Wert von 0,8 und das Glas einen U-G-Wert von 0,54 Die Außenwand im Massivbau mit dem Holzwärmedämmt Verbundsystem hat 0,17 und die Massivholzmauer also diese Holzwand die Massivholzwand mit dem Holzwärmedämmt Verbundsystem hat 0,14 Also Thema Wärmebrücken das ganze Gebäude wurde in der Wärmebrücken Bilanz durchgerechnet haben wir einen leicht positiven Wert von 0,015 Also das ist von den Bauteilen im Passivhausstandard oder sehr nahe an dem dran Zwei Bauteile oder zwei Details die wesentlich sind beim Gebäude Da sieht man den Schnitt der Außenwand 16 cm Massivholzwand Also man bewusst die waren schlank statisch so schlank wie möglich gehalten weil von der Holzmasse brauchte man nicht mehr das Klima vom Gebäude Letztendlich war wichtig dass wir möglichst viel Dämmung außen drauf bringen und die Decken wurden als Vollholzdecke gemacht mit Beschwerung mit sehr weichen Trittschallplatte und einem Heizest nicht auf dem Handy nicht aus gemacht Jetzt ist aus Gut Das zur Decke zur Trennwand Die Trennwand zwischen den Wohnungen wurde genauso einer 16 cm MAM Massivholz Mauer rausgeführt und davor dann mit C-Profilen Ständerwände gestellt Die Wand wurde beplankt vorher mit der Firma Zellplatte dann die C-Ständer mit 50 mm davor und die nochmal zweimal beplankt Wir haben bei den Gebäuden hat die Firma Hundegger Messungen machen lassen sowohl für die Ticken als auch für die Trennwände als auch für die Instaationen und wir sind überall deutlich im sicheren Bereich von dem was wir berechnet und geplant gehabt haben Also es hat sich bewährt Vielleicht noch ein Hinweis zur Außenwand Es hat sich auch bewährt dass wir unter der Außenwand diese Silomere diese Belastomere Lager gelegt haben um die Schallängsleitung der Wände nach unten zu begrenzen Auch deswegen weil der Bauherr keine Vorsatzschalen wollten Sie wollten dass diese Massivholzmauer direkt beplankt wird dass also ein massives Teil ihnen zur Verfügung steht zum einen wegen der Speichermasse zum anderen aber auch falls man da was heranschraubt dass da keine Holräume draußen sondern dass man massiven Holz befestigen kann Ein paar Einträge zum Gebäude unserer Planung hier so ein dreidimensionalen Schnitt Innenwände zum Teil in Holzrahmen zum Teil tragend zum Teil nicht tragend raussteifend die Trennwände in Massivholz und die Außenwände in Massivholz und der Treppenhauskern das sieht man im Foto rechts oben mit dem Aufzugsschach bis ins Penthouse in Beton ein typischer Schnitt der Massivholzmauer das sind Brettlagen senkrecht und waagerecht und die Bretter sind gefräst damit da mehr Luft Polster entsteht dadurch wird der Lambda Wert der Wandau deutlich geringer als er bei normalem Holz wäre Decken in Brettschichtholz beziehungsweise in Brettsperrholz im Dach weil man im Dach nicht nur eine einseitige sondern zweiseitige Auskragung über die Stütze hatten und das geht eigentlich elegant nur dann mit diesem kreuzweise verleimten Brettsperrholz auf dem Dach war Mineralwolledämmung weil man in der Einflugsbereich des Memminger Flughafens liegen und durch das haben wir höhere Schallschutzwerte erreichen müssen von Seiten des Daches Folgen Schutz als Holzkonstitution also das Gebäude wurde in Massivholzmauer und in Beton beziehungsweise Ziegel erstellt und bekam dann außen diese Verkleidung mit einer Art Holzrahmenwand die mit Holzweichfaser ausgefüllt war und dann letztendlich mit der Holzweichfaser Platte geplankt wurde und dort entweder verputzt oder mit Holz verkleidet wurde Flachdach bekiest mit PV-Anlagen jedes Haus hat 30 kW im Einspeisebetrieb also wird im Haus nicht physikalisch nutzt aber effektiv wird alles verkauft und der Rest eingekauft die Häuser sind bezogen worden zum ersten Ende letzten Jahres und das zweite stimmt jetzt nicht im März diesen Jahres bereits nicht im Mai dann gehört der Mobilitätskonzept zu dem Gebäude dazu je ein Gebäude hat zwei Parkplätze mit einer Ladesäule Ladesäule 22 kW oder 2x11 und in den Garagen sind Ladeboxen vorinstalliert damit man direkt über Leerrohr installiert damit man direkt über den eigenen Wohnungszähler auch die eigene Ladebox anfahren kann damit es einfach mit der Abrechnung wird warum keine Eigenstrommutzung warum kein Meter Strommodell warum kein Plus Energie mit höheren Förderungen letztendlich war es sehr unbefriedigend die Abstimmung mit den örtlichen Energieversorgern da waren Widerstände da also entweder wollten sie die PV-Anlage installieren und selber betreiben und andere haben ein Cloud angeboten aber keiner ist wirklich auf das Konzept eingegangen dass der Investor sich die Technik kauft die PV-Anlage die Batterien und das Management-System und jemand den Strom verhandelt und verkauft mit den Mietern kein örtlicher letztendlich haben wir eine Firma gebunden in München die Firma Polarstrom die hat ein Konzept entwickelt der Investor hätte alles investieren können letztendlich hätte aber das Dach vermieten können aber war keine Bedingung und hätten die ganze Abrechnung mit den Mietern gemacht und die Mieter hätten wahlweise den Strom woanders kaufen können aber weil das so schwierig von den örtlichen gemacht worden ist hat die Bauherr letztendlich gesagt das ist jetzt so risikoreich weiß nicht ob die Mieter diesen Mehrnutzen annehmen und letztendlich hat sie dann investiert in die PV-Anlage und verkauft den Strom da weiß ich was ich habe und das andere muss ich zuerst entwickeln hat sie nicht ganz unrecht gehabt ist jetzt besser worden ab diesem Jahr aber muss sich schon einiges ändern dass das attraktiver wird weiter zur Technik wir haben ausgewählt haben wir eine Pellets Zentralheizung mit 22 kW je Gebäude eine eigenständige Zentrale ein Zweireitersystem für die Wärme also es geht nur einen Strang Wärme vorlauf und Rücklauf in die Wohnungen und in den Wohnungen sind dann Stationen in denen die Wärme getauscht wird also sowohl in die Fußbodenheizung runter reguliert als auch das Brauchwassersystem in der Wohnung angefahren hat den Vorteil auch gehabt mit den Legionellen dieses System und auch in der Wärmeverteilung haben wir da Energie eingespart warum Pellets und warum nicht Wärmepumpe letztendlich das Ergebnis blau unten die Energiekosten für Heizung Warmwasser und Wartung wären bei Pellets bei 3994 und bei der Wärmepumpe bei 3223 gewesen Euro pro Jahr also 670 Euro Einsparung mit der Wärmepumpe das war das eine Argument das andere war dass die Pellets Heizung 28.000 Euro gekostet hat und die Wärmepumpe mit Bohrungen 63.000 Euro Luft kam nicht in Frage wegen der schlechteren Effizienz das heißt die mehreste Investition der Wärmepumpe hätte sich in 52 Jahren mit diesem Einspareffekt gerechnet und sovon ist die Entscheidung relativ schnell für die Pellets Heizung gefallen natürlich haben wir Lüftungsanlagen mit Wärmel im Haus Wohnungszentral diese Deckengeräte von Zehnder Comfort Air war eine Zeitlang dann am Kippen kommt man aber mit Partnern zusammen doch überzeugen dass das ein wichtiges Argument für ein modernes Wohnen ist zum 10 Familien Haus aus Grundlage wir haben 30 KW PIK also 3 KW pro Wohneinheit es wurde berechnet nach PAPP standortbezogen nicht in Potsdam sondern in Heimatingen stehendes Gebäude ganzheitlich betrachtet Wärme Heizung Warmwasser Strom Hilfsstrom und Haushalt alles zusammen mit dem Ergebnis wesentlich für so Konzept ist der Winter und nicht der Sommer im Sommer gibt es immer mehr oder wenige Überschüsse und im Winter gibt es immer Unterdeckung weil der PV-Strom nie in der Lage ist das Haus zu heizen da muss man froh sein wenn man den Haushaltsstrom überhaupt decken kann das sagt die nächste Folie es gibt im Winter eine mehrmonatige Deckungslücke unabhängig vom Energieträger und jahresbilanzierte PV-Einträge schaffen keine Plusenergiehäuser die Photovoltaik deckt diese Lücke nicht also das hört man immer wieder mit dem Strom heizen im Winter stimmt einfach nicht der Heizweinbedarf schafft diese Deckungslücke darum ist das oberste Gebot für klimagerecht ist die maximale Senkung des Heizweinbedarfs und nicht hoffen auf Sonneneinstrahlung und Technik die das lösen soll und wenn man zum Holzbau Richtung klimaneutrales Bauen jetzt gehen und den Holzbau mal vergleicht auf einen Lebenszyklus von 100 Jahren dann haben wir bei einem links bei einem NF basierten oder GEG Massivbau einen bestimmten CO2 Ausstoß für die Herstellung für den Betrieb für den Rückbau und so weiter und wenn wir rüber gehen Massivbau Passivhaus Holzbau Passivhaus oder wenn Holzbau die eingelagerte CO2 Menge nimmt dann kommt man eigentlich zum Schluss dass bei so einem hocheffizienten Gebäude das CO2 nach der Nutzung wenn man das verbrennen würde das Gebäude zum Beispiel das CO2 nach der Nutzungszeit frei wird das das Haus insgesamt in den 100 Jahren verbraucht hat und das ist für mich klimaneutales Bauen und das schafft man nur mit dem hocheffizienten Gebäude und nicht mit dem Pseudo Gebäude das irgendwie hingerechnet worden ist drum unsere Prinzipien zum Schluss Betrachtung der gesamten Energiebilanz auf Lebenszeit ist wichtig Plus Energiehäuser im Jahresbilanz Verfahren sind Papiertiger es ist gut ein gutes Gefühl zu haben aber real hat man im Strom im Winter einen ganz anderen Strom als der der vom Dach kommt das Berechnungsverfahren sollte reale Verbräuche und Gewinne darstellen das ist das PAPP und nicht die Energie 100% regenerative Energie nutzen keine fossilbasierten Energien weg von Fossil es geht heute schon man muss es nur entscheiden der Wärmerbedarf ist die wesentliche kenngröße effiziente Gebäude und nicht der HT und der Coupé also die Energie und der wesentliche Einfluss hat die Gebäude und die Komfortlüftung und dann kommt die maximierung der Stromgewinnung Speichel und Nutzung vor Ort und das Optimum für so Gebäude ist ein Passivhaus Plus Premium in Holzbau Weise zu guter Letzt die Lösungen sind da sie sind einfacher als viele glauben man muss sie nur umsetzen und ich denke hier im Netzwerk und wie es auch die Werkstatt hat die Möglichkeiten sind da und ja bin der gute Dinge dass wir mehr so Bau haben bekommen oder die Leute im Netzwerk auch dass man dass man viel in Richtung klimaneutrales bauen machen können so so wenn wir jetzt beim Ende und offen für Fragen danke ja vielen herzlichen danke herz sie haben den vortrag selber schon sehr gut zusammengefasst da kann ich mir zusammenfassung glaube ich sparen und sehr schön die vorletzte Folie 29 die passt auch schon zur ersten Frage ich würde da ganz gerne direkt überleiten weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben ja genau wunderbar und zwar kam die Frage von Herrn Adolf der gesagt hat dass sie berechnet haben dass bei 50 jahren lebenszyklus etwa ein drittel des gesamt energiebedarfs bei herkömmlicher bauweise in die herstellung geht und das spiegelt sich hier ungefähr wieder also sie haben jetzt hier zwar mit 100 jahren lebenszyklus gerechnet also mit einer deutlich längeren nutzungsphase dann möglicherweise auch mit zusätzlich grauer Energie durch Bauteile die ausgetauscht werden müssen ein drittel schon ein wesentlicher anteil ist herr adolf sagte dann bei einer nachhaltigen bauweise kann man diese anteile auf weniger als die hälfte reduzieren was wir hier auch an dem grünen balken sehen können beim passivhaus im holz bau sind das übliche zahlen oder können sie da vielleicht noch was zu den bandbreiten sagen wir haben eine maßarbeit machen das beim Studenten an der FH Rockenburg zu dem Thema Vergleich von Bauweisen und unter dem Aspekt der Klimaneutralität und Klimabeinfluss und Messgrößen und da ist das eigentlich so rausgekommen dass eigentlich erst dann also das ist der Fehler den viele jahre meines Erachtens machen erst dann wenn wenig Energie ist wenn der rote Balken klein wird wird plötzlich der grüne interessant solange der roten noch noch relativ hoch ist also der Heizernbedarf Wärmebedarf im Gebäude Verluste im Gebäude noch hoch sind ist die graue Energie im Verhältnis viel geringer als wenn ich hocheffizient baue also ist eine logische Folge je effizienter das Haus ist desto mehr sollte man auch richtung regenerative baustoffe und bauweisen denken und da gibt es natürlich immer ein Spiel aber da kann ich jetzt wenig dazu sagen das Prinzip ist so wie es die Grafik zeigt dass man mit dem Holzbau einen deutlicher Sprung nach unten kriegt auf null wird es nie gehen durch die Speicherung kriegen natürlich einen negativen Effekt klar dass ein Massivholzbau weisen zum Beispiel ein Vorteil weil es relativ viel CO2 wegspeichern mehr als man für das Gebäude zur Herstellung braucht wird natürlich frei wenn man das Gebäude abbricht und das ganze thermisch nutzen würde okay ist diese Speicherung oft mal wird die rausgelost aus der Geschichte weil es ja dann wieder frei wird aber welches Gebäude kann von sich sagen dass es nach der Nutzungszeit so viel Energie frei macht wie es in der gesamten Nutzungszeit verbraucht hat das schlagendes Argument von Nutzberg beim Massivbau entsteht da wieder Energie aufwand ja und ich glaube von thermischer Verwertung darf man ab jetzt auch gar nicht mehr sprechen denn eigentlich müssten wir auch alles im Kreislauf führen und wenn das so weiter geht wird man vielleicht so Gebäude auch entsprechend wieder Teile verwenden können und für was anderes verwenden ganz klar es entwickelt sich gerade ja okay die nächste Frage glaube ich kann man auch ungefähr hier beantworten aber vielleicht können Sie da auch noch ins Detail gehen die war nämlich von Herrn Liebmann wie ist der Vergleich von ENEF zum Gebäude Energie Gesetz das ist gleich es war der Beschluss der Koalition dass die ENEF 2016 im GEG integriert wird und keine Verbesserung stattfinden darf also keine Verschärfung stattfinden darf und wenn man es jetzt so genau durch rechnet und wenn Fachleute oder Feldmann der da schon Vorträge gehalten hat das Ganze aufzeigen darf man mit verschiedenen Energiequellen zum Beispiel Biogas Verwendung darf man zum Teil sogar schlechter bauen als man 2016 bauen dürfte eigentlich so schlecht wie man 2002 bauen dürfte weil ja dieses Kriterium HT wegfällt es wird ja nur nur am Coupé gerechnet und das Referenzgebäude bildet den zulässigen HT Wert ab das heißt es kann viel schlechter gebaut werden wenn man auf der anderen Seite im Coupé seine Hausaufgaben macht und das war 2002 der Fehler den die NF gehabt hat als man nur den Coupé gemacht hat als dann die Massivbauer plötzlich wieder mit der 365 Ziegelwand gekommen sind aber ihre Häuser mit Holz geheizt haben dann hat man den HT eingeführt und damit ist das fairer die ganze Geschichte geworden auch die Massiven mussten sich verbessern nicht nur der Holzbauer und jetzt hat man wieder so die Tür geöffnet dass man Energie gesetzt das hat mit Klimaschutz nichts zu tun das hat nur den einzige Vorteil von der jetzigen Entwicklung ist dass die das mit dem BEG mit dem Bundes Energie Gesetz die Förderungen höher worden sind wobei das zum Teil auch eine Rosttäuscherei ist wenn ab 1.7. die Förderung die förderbaren Summen beim Neubau von 120 auf 150.000 steigen dann hat es den Effekt dass von der BAFA kein Geld mehr kommt für die Technik weil das dann von der KfW mit gefördert wird wenn man das durchrechnet geht es zum Teil schlechter raus wie es jetzt war es ist nicht überall die Förderung verbessert worden in manchen Bereichen optisch besser in anderen Bereichen Industriebau viel besser es haben sich einige Dinge verbessert durch die Förderung aber das GEG ist ein mäßiges Verfahren das zum Teil schlechter Gebäude zulässt wie die ENEF 2016 An dieser Stelle darf ich auf unser Webinar verweisen das im Juli stattfindet da geht es nämlich ganz gezielt um das Thema Förderung und zum Thema Gebäude Energie Gesetz da sind wir alle sehr enttäuscht dazu kann ich vielleicht noch ganz kurz einwerfen dass das Gebäude Energie Gesetz deshalb eingeführt wurde oder die ENEF novelliert wurde in diese Richtung durch die europäische Gebäuderichtlinie und die EPBD Gebäuderichtlinie wird in diesem Jahr oder soll in diesem Jahr auch wiederum auf europäischer Ebene novelliert werden und da haben wir der ENEF vor allen Dingen auch darauf hingewiesen haben dass das eben nicht zu tatsächlichen Energieeffizienz führt und damit komme ich zur nächsten Frage denn Herr Lambrecht hatte gesagt dass man ja doch durchaus mit der ENEF auch Schwimmbäder korrekt berechnen könnte wenn man das Nutzungsprofil 17 verwenden würde was sonst normalerweise für Aufenthaltsräume gilt da könnte man dann ja die 30 Grad Raumtemperatur vermutlich hinterlegen aber reicht das aus also wenn man möchte könnte man sicherlich mit der ENEF oder auch mit der 18 599 könnte man sicherlich vieles machen aber der Punkt ist hier glaube ich eher dass man es nicht muss und wenn man diese Berechnungsgrundlage nicht verwenden muss also nicht mit korrekten Zahlen rechnen muss dann wird man es in der Regel auch nicht tun und auf der anderen Seite ist das PHPP eben genau so entworfen dass man dort die projektspezifischen Randbedingungen und auch das örtliche Klima verwendet die örtliche Verschattungssituation die man auch mit Design PH gut abbilden kann was Sie auch gemacht hatten Herr Herz Möchten Sie sonst zur 18.599 zu den Nutzungsprofilen noch etwas sagen ich jetzt bezüllen nein wir rechnen nicht mit 18.599 das sind meine Mitarbeiter damit rechnen also da kann ich was falsches sagen okay gut aber ich glaube das kann man schon so festhalten dass eben die Berechnungsgrundlage eine grundsätzlich andere ist dann gab es noch einen wir rechnen passiv mit realen Standort mit realen wirklich vergleichbaren Flächen mit Energie Gewinnen die wirklich nutzbar sind nicht die die da sind sondern die real nutzbar sind insofern wenn wenn es jetzt auf eine Flatrate raus gegangen wäre bei dem Gebäude hätten wir natürlich die Zahlen von PAWP zugrunde gelegt weil wir aus Erfahrung wissen dass die Gebäude auch so funktionieren immer noch eine gewisse Bandbreite aber nicht wir wissen dass wir nicht deutlich zu tief oder deutlich zu hoch sind eigentlich in der normalen Bandbreite der Nutzung und das macht natürlich Vertrauen wenn man so ein Werkzeug hat und wenn man auf der Basis auch eine Beratung aufbaut bei der EnEV sind es eigentlich mehr oder weniger nur Vergleiche die man machen kann die Basisgröße ist immer ein großes Fragezeichen wenn man dann Vergleiche anstellt einiger einzelner Standarzt das kann man in Energie Beratung schon noch verkaufen Okay ganz kurz dazu noch der Herr Landbrecht sagte es wäre dann nicht das Nutzungsprofil 17 sondern man müsste ein eigenes Nutzungsprofil entwickeln Danke für die kleine Korrektur da hatte ich das falsch verstanden Wir haben jetzt noch zwei drei Fragen vielleicht können wir das noch kurz machen mit Blick auf die Zeit Wir hätten noch eine Minute also erstmal ein Lob super Vortrag Herr Herz auch das fand schon im Chat Dann gab es noch einen Link zu den Bürgerwerken von Herrn Gessler in Bezug auf das Thema Mieterstrom und auch da ein ganz kurzer Hinweis vielleicht haben Sie schon mal von dem Wattbewerb gehört Das Das ist ein Wettbewerb der in Deutschland zwischen Städten aktuell stattfindet Anfang des Jahres gestartet und da geht es darum die PV Leistung so schnell wie möglich zu verdoppeln 75 Städte sind schon dabei unter anderem auch Köln Aachen Hannover genau da tut sich einiges im Bereich Photovoltaik aktuell Dann eine ganz interessante Frage von Herrn Binz Worauf gründet Ihre Info Herr Herz dass das Interesse an Komfort Lüftung rückläufig ist Weil wir das ganz einfach merken Wenn wir Bau haben in der Energieberatung ob das Altbau oder Neubau ist wird es immer schwieriger Komfort Lüftungsanlage zu verkaufen in Großprojekten wo die Abluft seit Jahren jetzt schon Standard ist ist es fast nicht möglich mit dem Bauträgerwesen eine Lüftungsanlage mit Wäumenrücke hineinzubauen weil irgendwann mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht worden sind oder weil von Haus aus Ressentiments gehabt hat und nie im Passivhaus Standard geplant wurde die die Passivhäuser gebaut haben die bleiben dabei das sind die großen Bauträger in Tirol zum Beispiel die die es nicht gemacht haben die bleiben bei ihrer Abluft Technik sind nicht zu überzeugen obwohl Riesenargumente dafür da wären und im Privatbereich ist das Ding Passivhaus in der Nachfrage so stark zurückgegangen und damit auch die Akzeptanz seiner Komfortlüftung also unser Beispiel die Privatleute haben überzeugt am Tag des Passivhaus weil sie unsere Kunden besucht haben die dann von der Lüftungsanlage geschwammt haben durch Corona sind jetzt ist der letzte ausgefallen der nächste wird vielleicht wieder ausfallen also die Möglichkeiten Leute überhaupt zu zeigen was das für Vorteile hat wenn immer weniger und es gibt immer mehr die eigentlich negativ eingestellt sind und was noch dazu kommt selbst die Holzbauer zum Beispiel die bisher Passivhaus einbaut haben lassen sie raus weil die Baupreise so gestiegen sind dass sie am leichtesten die Lüftung raus geschmissen haben diese 10.000 Euro kosten um irgendwie noch konkurrenzfähig zu bleiben mit der hohen Akzeptanz bei den Bauherren die sie sowieso nicht wollten also das Thema verliert also das Verlomen an Lüftung verliert den Aufwand das zu verkaufen zu überzeugen wird immer größer ist meine Erfahrung Danke für die Einblicke also das Thema Lüftung wird auch in zwei Monaten wieder Thema sein bei uns im Webinar ja jetzt haben sich schon ein paar Teilnehmer verabschiedet Herr Herz Sie haben auch noch einen Folgetermin ich ich kauke jetzt einmal noch fix durch ob was ganz dringend ich meine schön wäre natürlich alle Fragen zu beantworten ich sage mal einmal zu Folie 12 da fehlten noch die Angaben zur Wohnfläche da kann man vielleicht im Nachgang nochmal schauen die haben ja eine Aufzeichnung und dann kann man sich nochmal anschauen wie die Wohnfläche war also ich habe eine Frage mit die Komfortlüftung Klaus Zeller die fand ich ganz interessant die Komfortlüftung im Mietwohnungsbau zentral also es gibt da zwei unterschiedliche Herangehensweisen die großen Bauträger in Tirol die im sozialen Wohnungsbau die bauen zentrale Lüftungsanlagen in Lüftungsanlage für das ganze Treppenhaus für den ganzen Block und verteilen diesen Schächten weil sie sagen sie wollen nicht in die Wohnungen rein Thema Sozialmieter sei schwierig die Leute auf den Plan zu treffen zu überzeugen im das Gebäude das wir jetzt gemacht haben und auch andere Partner von uns die so Gebäude mitplanen die bauen wohnungszentrale Lüftungen ein hat den Nachteil dass der Mieter oder der Käufer der Wohnung den Filter wechseln muss wir haben aber relativ gute Erfahrungen wenn der Hausmeister den Mietern diese Filter regelmäßig zur Verfügung stellt werden sie auch getauscht beziehungsweise die Geräte fangen auch an gute Geräte zeigen das an dass der Filter gewechselt werden muss also in meinem Haus die große Zehneranlage meine Frau wenn es piepst dann kommt sie zu mir und sagt die Anlage piepst wir müssen den Filter wechseln also Filter wechsel ist einfacher als Staubsauger beutel wechseln also das funktioniert schon wenn man die Filter regelmäßig zur Verfügung stellt und die Leute auch informiert über das Ganze Ja Dankeschön Das Zentrale ist eigentlich das was man vermeiden will diese großen Geräte Riesenschächte Brandschutzklappen und so weiter das ist eigentlich das wo man tendenziell eigentlich weggehen will aber die großen Vermieter die wollen eine zentrale Einheit und da eben einmal den Filter wechseln und nicht 30 Mal und da vielleicht 4-5 Mal an der Wohnung anklopfen müssen bis der aufgemacht wird das ist aber speziell was im sozialen Wohnungsbau in Tirol Die wollen sie nicht dezentralisieren Gut Eine Frage kann ich vielleicht mit einem Satz beantworten Herr Pauk ob die bei den realen Bedingungen auch die solaren Wärmegewinne berücksichtigt werden Ja das werden sie und es gibt auch ein Verfahren im PHPP zur Berücksichtigung im Sommer also der sommerliche Wärmeschutz wird im PHPP auch gerechnet Herr Herzen Sie dürfen natürlich auch gerne ausholen ich glaube wer jetzt noch da ist ist auch nicht böse noch eine längere Antwort zu hören aber ich möchte Ihre Zeit nicht überstrapazieren Ja Danke für die vielen praxisnahen Erfahrungen danke es bleibt weiter spannend ja es bleibt spannend ich sage mal damit würde ich jetzt vielleicht noch mal kurz rüber gehen und zeige Ihnen was denn alles spannend bleibt was noch auf uns zukommt denn wir haben noch hier eine kleine Vorschau vorbereitet wie gesagt das Thema Lüftung kommt noch mal in zwei Monaten aber der nächste Termin ist dann der 6. Mai und da geht es um das Thema Passivhausfenster Hauptsache dreifach verglast braucht man das heute noch braucht man heute noch Passivhausfenster wenn ohnehin alle mit dreifach Verglasung bauen oder auch nicht die Entwicklung der Fenster und worauf es heute ankommt das wird uns Dirk Wiegand von ProPassivhaus also auch Mitglied bei ProPassivhaus eher läutern und ihre Fragen beantworten und dann geht es noch mal um das Thema zentrale Lüftungssysteme von Herrn Struger von Pichler Lüftungstechnik ja schön dass Sie dabei waren danke für die interessanten Fragen und vielen Dank Herr Herz dass Sie uns heute hier solche Einblicke beschert haben das war sehr sehr spannend die Vorträge bekommen Sie morgen mit einer Nachlesemail oder den Vortrag von heute die Unterlagen und wenn Sie sich für ProPassivhaus interessieren dann können Sie bei uns auf der Webseite unter Verband nachschauen da finden Sie auch alle Informationen zu einer Mitgliedschaft falls Sie darüber nachdenken denn es gibt bei ProPassivhaus noch weitere interessante interessante Formate nicht nur das Webinar sondern wir sind auch regelmäßig mit unseren Mitgliedern im Austausch und bieten im Anschluss an das Webinar immer noch eine kleine interne Runde an da würde ich auch die Mitglieder die jetzt heute hier im Webinar sind bitten und einladen wer möchte kann gleich noch gerne in unseren internen Raum dazu kommen ja und damit bedanke ich mich nochmal bei Ihnen sag einen schönen Abend und gerne bis zum nächsten Mal danke alles Gute ciao